Ein Duft, den ich in diesem Zusammenhang gerne mal besprechen würde, weil das sehr, sehr häufig jetzt angefragt wurde von Zuschauern, ist ein neues Release aus dem Hause Schwarzlose. Ich finde das Thema ganz passend gerade, weil dieser Duft hier heißt Fougère, also so wie das französische Fougère, nur mit A-I-R, also Luft. Und der ist jetzt vor ein paar Wochen rausgekommen. Ich habe ihn in meinem Shop. Es ist ein Duft, der sehr, sehr ähnlich ist wie ein ganz berühmter und beliebter Herrenduft. Und ich wollte euch gerne erstmal die Alternative, sage ich jetzt mal vorsichtig, zeigen. Ne, wir öffnen erstmal den Fougère, weil es wollten tatsächlich, also ich habe tatsächlich jetzt zwei oder dreimal die Nachricht bekommen, dass ich den doch bitte mal testen soll. Und das will ich doch sehr, sehr gerne tun. Auf Parfum ohne 7,3, ähnliche Düfte, man sieht es schon, der gute alte Dior Sauvage. Es gibt ein paar Leute, die den extrem feiern, offensichtlich. Durch den Tannenbalsam wird der Duft schön warm und zu einem richtigen Wohlfühlfaktor. Und es gibt ein paar Leute, die der zu stark an den Dior Sauvage erinnert. Ich kann ganz ehrlich sagen, mich erinnert er sehr, sehr stark an den Dior Sauvage, weshalb ich jetzt auch nicht so übertrieben die Werbekeule dafür geschüttelt habe. Aber man muss sagen, es gibt auch bestimmt den einen oder anderen, der zum Beispiel ein sicheres Geschenk sucht für einen männlichen Bekannten, für einen Papi oder für den guten Freund oder für einen Arbeitskollegen, besten Kumpel. Und man muss einen Duft finden, der nicht zu ausgefallen crazy ist, der aber trotzdem eine gute Qualität bietet. Ich meine, was ähnliches seht ihr eigentlich bei Sershov. Sershov hat ja auch den einen oder anderen Duft, zum Beispiel Naxos, der in seinem gesamten, wie er aufgemacht ist, schon auch für günstiger über den Tisch gehen kann. Der aber dann von der Qualität der Inhaltsstoffe her einfach überzeugt, auch von der gesamten Aufmachung und so. Und ich meine, dass hier etwas Ähnliches passiert. Genau, was haben wir an Duftnoten? Einfach nur das, was hier einmal durchgegangen sind. Wir haben Farn, Bergamot, rosa Pfeffer, Buchsbaum, Artemisia, Zypresse, Patchouli, Tannen, Balsam und Amber. Was mir auf jeden Fall so ein bisschen fehlt, ist so diese leichte Ambroxan-Note, die der hat. Und die ihn wirklich so ein bisschen ähnlich macht zu dem Dior Sauvage. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das ist auf jeden Fall deutlich höher konzentriert, dieser Duft, als der Sauvage. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent der hat. Ist auch ein Eau de Parfum. Ist ein sehr, sehr frischer, citrusartiger Duft. Der, wie man das von Sauvage zum Beispiel auch kennt, Bergamot und rosa Pfeffer losgeht. Also eine leicht pfeffrige, ganz, ganz leicht pfeffrige Kopfnote hat, aber sehr, sehr stark zitrisch am Anfang. Und dann im weiteren Verlauf geht er dann über in so ein holziges Unterholz, sag ich jetzt mal. Welchen Sauvage würdest du empfehlen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Erstmal grundsätzlich würde ich empfehlen, wenn man Sauvage kennt, bitte den Sauvage Elixir aus. Denn der ist ja letztes Jahr rausgekommen und war ein sehr, sehr anderes, eine sehr andere Art von Duft für das, was bis dato vom Thema Sauvage herausgekommen ist. Also Sauvage Elixir ist ja ein Lavendelduft gewesen und ging so ein bisschen in Richtung von so einem gelbartigen Duft, also ein bisschen älter, erwachsener. Deshalb würde ich den grundsätzlich mal empfehlen, wenn es um das Thema Sauvage geht, wenn du einfach mal was Neues testen willst. Ansonsten, ganz ehrlich, wenn du wirklich auf diese alte Sauvage DNA scharf bist, also auf diese klassische DNA, dann gibt es, finde ich, nichts Besseres als das klassische Eau de Toilette. Oder, wenn du eine hochwertige Alternative suchst, dann vielleicht den Fougère. Weil hier auch deutlich transparenter übrigens, also transparenter, der hat auch eine super, super Haltbarkeit übrigens. Ich weiß nicht, das kommt dem schon so ein bisschen nah, was hier steht, 7,3, 7,1. Flacon auch sehr, sehr schick, schön massiv mit dieser goldenen Kappe, macht sich also sehr gut als Geschenk. Natürlich gibt es bei mir auch im Shop aktuell noch 20%. Den kann man sich dann vielleicht auch mal anschauen, ja. Und es ist weniger Ambroxan drin. Also es ist ein bisschen Ambroxan drin, aber weniger. Das sollte man auf jeden Fall auch dazu sagen. Die Sache ist aber ganz ehrlich, wenn dir dieses Sauvage DNA so ein bisschen zu viel geworden ist und du eine Alternative suchst. Ohne Parfum finde ich zugleich und das Parfum finde ich dann tatsächlich noch sehr, sehr gut. Aber nur, dass ihr es wisst, es gibt ja immer mal wieder so Momente oder vielleicht mag man ja auch Sauvage sehr gerne, sucht nach einer hochwertigen Alternative. Dann auf jeden Fall hier mal reinschauen. Ansonsten, wer der absolute Nischen-Fan ist und mit Sauvage gar nichts mehr anfangen kann, der lässt am besten die Finger davon. Aber ich wollte es trotzdem mal vorstellen, weil ich finde das eigentlich ein ganz schönes Ding. Und Schwarzlose kann auch wirklich sehr, sehr gut Düfte machen. Komme ich sehr gut mit klar mit den Düften. Influencer und Labern, genau. Und ich Mattez, was nicht gehalten, war der�ila. cál'tan, es dauert es. Und ich schätze ein ganz schönes Ding.